Watschel in der Komposthaufen Eine Drühe hat er dazwischen, ok Ok Das ist gerade wieder unschönen, ich habe vergessen zu speichern zwischendurch, oder? Nein, ich habe gespeichert, gut Oh, das war aber noch bevor wir die Elfins getötet haben und die Ogre Das Gebiet hier ist furchtbar Wer hat das jetzt eingesackt? Ach sie Gut Ja? Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern So, erstmal die beiden So, um geht es diesbezüglich? Distract me Im Kondos Oh Gott 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 Das sind die Poker-Gegner Wie kann ich helfen? Oh Gott Oh Gott Ja Okay Das sind die Poker-Gegner Oh Gott Da kommt noch ein Poker Oh Gott Oh Gott So Gut Was ist das hier? Dank der Lebenskraft Gut Und das ohne dass Dorn etwas abgekriegt hat Und das ohne dass Dorn etwas abgekriegt hat Und das ohne dass Dorn etwas abgekriegt hat So, dann versuchen wir nochmal uns mit der Triade anzulegen Oh Oh und jetzt ist unsere Hass weg Ich werde mich im Hand umdrehen darum kümmern Nicht so zu schön Hä Die müssen doch eigentlich gut brennen wenn die Okay. Ein Amulett. Herz des Berges. Kann nur von Schamane verwendet werden. Okay, das wäre was für den Goblin, den ich nicht mitnehme. Ich werde mich in Handumdrehen darum kümmern. Ja? Hm? So, jetzt muss ich noch Dorn da rausschaffen. Gut. Oh, der Wolf ist jetzt schlicht genau auf uns. Das wollte ich nicht. Even you Surface-Dwellers have to sleep, don't you? Let me sleep. Sleep. So tired. Ja. Ja, das habe ich hier ja jetzt auch vor. Oh, ein neuer Traum. Die Königin gibt nicht nach. Sie sagt, ihr müsst die Krone aufgeben, sonst steht euch das Schlimmste bevor. Muss sie die Krone aufgeben? Warum kann sie nicht einfach eine Prinzessin bleiben? Pflicht. Pflicht. Pflicht bedennt uns mehr als alles andere. Versteht ihr? Versteht ihr jetzt? Versteht ihr, Brennoyer? Begreift ihr jetzt? Meine Pflicht ist getan. Die Konsequenzen sind alles, die bleiben. Versteht nicht. Ihr müsst nicht verstehen. Ihr seid verpflichtet. Versuchen wir es noch einmal. Wieder verwandelt sich einer einfach in den Schlechter. Ich werde mich im Handumdrehen, wo ihr braucht. Nur zu fragen. Oh, und wir sind voll gerastet nach. Acht Stunden lang. Okay, Safana schlemmt sich bei Dawn ein. Sie an sie an, aber Muskeln sind wirklich beeindruckend. Und Dawn darauf nur ihr Schätzt macht, wenn ihr sie seht. Okay. Quick Save machen. Jetzt versuchen wir mal von dieser Seite aus zur Brücke zu kommen. Vielleicht ist da jetzt wirklich ein, noch ein Hobgoblin-Meisterschütze, übrig geblieben. Wie ihr wünscht? Give me something to do! Precious! Ja? Wie ihr wünscht? Huh? Ja? Wie ihr wünscht? Ja? Wie ihr wünscht. Schön. Meine Kannigungskoordination ist übrigens schon ausgelaufen. Oh, einer von denen trägt was dabei. Ein bisschen Geld. Ja, sieht so aus, wenn wir hier rumgehen, dass wir da auch zu der Brücke kommen. Nein. Was ist denn sehnlos? In kleineren Gruppen werden wir viel schneller und effizienter. Vielen Dank für eure Expertise, Don. Ihr habt offensichtlich so mancher die Belagerung erlebt. Mag sein, aber wir machen so was... Aber wir so machen wir das... Mag sein, aber wir so machen wir das nicht. Wahrscheinlich heißt es aber, so machen wir das nicht. Einverstanden. Wenn die Zeit gekommen ist, lassen wir diese Nahrung zurück und machen es richtig. Gut, ich bin froh, zu sehen, dass ihr immer noch einen Kopf auf den Schultern habt. Die beste Vorgehensweise wäre, die Torheit aufzugeben und die Bauern untereinander streiten zu lassen. Ihr habt euch, aber offensichtlich zur Aufgabe gemacht, das hier durchzuziehen. Es gibt hier nur wieder Momente, an denen ich euch um eure Freiheit beneide, meine ich nur ihr. Warum sagt ihr das? Welche Freiheit? Ja, das kann ich mir vorstellen. Welche Freiheit? Ihr kämpft für eure eigene Sache. Ihr wählt eure Ziele, eure Ideale, eure Kampagnen. Und ihr untersteht den Lamm von Urgothos. Ich bin nicht so frei, wie ihr denkt. Haltet ihr meine Entscheidungen für die Richtigen? Wenn ihr eure eigenen Entscheidungen in Frage stellt, dann solltet ihr als Anführer zurücktreten. Ihr habt kein Recht, Befehle zu geben, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Das Klang hat er es gewollt. Ich bin inkompetenten Anführer gefolgt und habe erlebt, wohin das führt. Ich möchte so etwas nicht erneut erleben. Ich auch nicht. Dieses Gerede von Freiheit und Entscheidungen bringt eine Frage auf. Gibt es in dieser Gruppe eine Person, in der ihr einen Partner seht? Ich wüsste gerne, wem eure Treue gilt. Eher ein näherer. Ich werde diese Person im Auge behalten. Sollte sie euch vom Warmpfad abbringen, wird sie meinen Zorn zu spüren bekommen. Also ja, ich könnte auch mit Dorn, aber ich will nicht mit Dorn. Also ja, wir gehen dann nochmal hier rum. Also unten rum. Hier geht es auch hoch übrigens und hier ist noch sehr viel zu entdecken. Also hier geht es lang. Hier geht es hoch. Aber erstmal dieses Plateau hier. Ja, weil da geht es wirklich nirgends mehr weiter. Und es könnte ja immer noch sein, dass da irgendwelche schönen Sachen verborgen sind. Und dass wir vielleicht endlich den Hopgoblin Meisterschützen finden, der uns da die ganze Zeit den Lockwall spammt. Mal zwischendurch nochmal Dorn heilen. Da ist er ja. Wie kann ich helfen? Okay, Gift verlangsamen bitte. Gift verlangsamen reicht nicht. Ein Gegengift bitte. Gott sei Dank. Worum geht es diesmal? Heilung. Mehr Heilung. Extremste Heilung. Ja, ich werde mich in Handumdrehen darum kümmern. Seht ihr, dieser ist einfach ein Verschlagsbieter, den Verschutz vor den Elementen, aber sonst nicht viel. Sonnenfeuer, Filz ist entdecken und ein Stab der Lähmung. Naja. Okay. Sonnenfeuer wollte nicht so recht. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Aber auch hier nichts besonderes mehr sonst. Gut, dann gehen wir jetzt da drüben hin. Weil das hier sieht auch ziemlich abgeschlossen aus. Also wir können da hinten wieder runter. Weil dann gucken wir uns hier den Bereich an und gehen dann erst hier oben weiter. Und ja.